So, willkommen zu einem neuen Game und zwar Hitman Definitive Edition. Los geht's! Also ich hab erstmal die Musik ausgemacht, ey, die ist übelst nervig. So, dann wollen wir mal Level 1 von 1. Na ja, das schaffen wir ja. Wunderbar, weiter jetzt. Ähm, Nummer 2. Los jetzt. Ein süßes Brettspiel, na ja. Jetzt mal was anderes. Noch ist es einfach. Hoffe ich mal, dass es auch so bleibt. Wir müssen hier mal versuchen, die Gegner hier aus dem Weg zu räumen und dann... ...kommen wir hier auch ganz gemütlich voran. So, was haben wir denn hier? Mhhh... Denke mal, da kriegen wir noch. Dann können wir schön von hinten hier aufräumen. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch mal aktiv kennen. Ich glaube, die kostet jetzt in der Zeit 6,49 Euro. Vorher 7,99 Euro kostet, kam heute raus. Müsst ihr euch mal unbedingt angucken. Wer Hitman magt, der muss unbedingt zuschlagen. Dann haben wir das auch erledigt. Weiter jetzt. Nummer 6. Ähm... Okay. Wie war das hier? Oh Gott, ey. Da mal. Ähm... Den schmeißen wir mal... ...hier. Sehr schön. Und nein, ich hab's vorher noch nicht gespielt. Also nicht wundern. Nächster Level. Töte keine Gegner. Okay. Fragt mich jetzt nicht wie, aber... Egal. Ach du Scheiße. Hm? 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 Sehr schön. Töte keine Gegner, 5 Spielzüge oder weniger. Äh pfff. Okay. Nummer 8. Hm. Okay, das sind Aktenkoffer. Wie kommt man denn da hin? Hm. Aktenkoffer sammeln. Ja. Machen wir einfach weiter. So. Nummer 9. Okay. Okay. Hä? Der guckt... Kann man den irgendwie aus dem Weg holen? Ähm. Ja. Scheint nicht. Sauber. Komm war ja gut voran hier. Level 1. Bis 10. Ähm. Ähm. Ach Scheiße. Na gut, die kann ja uns ja nicht sehen. Das ist schon mal gut. Hm? Ach Scheiße. Ah. Okay. Machen wir das anders. Hm. Ah. Okay. Machen wir das anders. Hm. Scheiße. Gott 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 Gott. Hm. Scheiße, hier krieg ich dann auch den Affenkopf mal ein. Ah, scheiße. Oh, Mann. So, jetzt. Ach, jetzt mit Pflänzchen, okay. Fand ich gut. So, dann haben wir schon mal den Affenkopf. So, jetzt mit Pflänzchen, okay. Und jetzt mit Pflänzchen, okay. Niko, okay. Hmm, okay. Scheiße, da sieht uns ja dann gleich, fuck. Hmm. 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 Ah, scheiße. Scheiße, der sieht uns gleich. Ah, genau, genau. Weiter geht's. 13. Ah, scheiße. Hm, verdammte Scheiße. Okay. 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 Ich weiß, wie komm ich denn da hoch? Nee, das funktioniert nicht so Ach du Scheiße Oh, der ist schon mal weg Hm Nein Ah, so war es schon mal richtig Wenn ich da hinschmeiße, bringt das auch nichts Hm, das ist jetzt ein bisschen sicher Hm, das ist jetzt ein bisschen sicher Hm, das hatte ich auch noch schon gebracht Ich komme ja nicht mal an den Rechten vorbei, ey, fuck Oh, das ist ein Tracer Oh, das ist ein Tracer Ey, wie soll denn das gehen, ey? ... ... ... ... ... Na ja, da sehen sie mich ja auch gleich ... ... Genau, er rennt jetzt da hoch, wunderbar Wollte ich schon sagen, äh, äh, hätte ich auch nicht Ok Wie gesagt, die Züge sind hier nur mit Glück irgendwie, ja Ich habe ja noch nicht Ich hatte jetzt immer noch nicht Ich habe es noch nicht Ich habe es noch nicht Oh, Gott, ey. Oh, meine Frisse, ey. Kann ja nur einfacher werden, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. 15. Oh, warte, Alter. So, der ist schon mal weg. Der wird mich sofort sehen, wenn ich da lang renne. Ja, wunderbar. Sehr nice. Ein Aktenkoffer. Na, warte, wir machen nochmal einen Neustart. Und dann... Da ist bestimmt noch rum. Ah, der ist nicht mehr schade. Der hat ja gar nicht mehr drauf geachtet, ey. Oh, die sehen mich ja sofort alle. Na klar, wieder zurück. So. 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 Warte mal... Scheiße, wie viele waren die, ey? Genau... Sehr nice. Dann haben wir gleich noch den Aktenkoffer mitgenommen. Oh, Flugzeug. Was haben wir denn da? Ah, freischaltet. Ja, wunderbar. Sehen wir uns auf jeden Fall dann... Warte mal, das ist dann Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Warte mal, hier rechts und hier rechts. Und da schaut die Fede auch in der Haltung.